Jo, Barbara, im Moment ist der schlechteste Zeitpunkt, um über Dissen überhaupt zu diskutieren. Immerhin heiße ich immer noch King Bushido. Ja, das hat, also Barbara, so heißt sie, das wusste ich gar nicht. Shirin David, das ist wohl der Künstlername. Ich dachte immer, die heißt Shirin und dann fertig, ne? Das ist so wie irgendwie, McDonalds, du kriegst ein Menü geleckt, ne? Fertig. So, und bei Shirin, das ist immer so, die heißt wirklich so. Aber sie heißt wohl in Wirklichkeit Barbara. Ich habe mich auch mit der, ich habe mich wirklich mit ihr überhaupt nicht so beschäftigt. Ich hätte mich mal jeden Tag stündlich hinsetzen müssen und mich über, ich glaube, das muss ich wirklich mal machen, über einige Leute mich stündlich beschäftigen. Aber dann hätte ich ja selbst kein eigenes Leben und das habe ich eben. Ich habe eben ein tolles Leben. Ich habe viel Erfolg im Moment. Aber wer noch mehr Erfolg hat im Moment als ich, noch ein bisschen mehr Erfolg auf der 1, das ist Bushido. Es sei ihm gegönnt. Aber wie gesagt, Bushido, ich bin dir auf den Fersen ganz sicher. Ich weiß das. Nun ja, du lebst ja in Dubai mit deiner Frau und Kids und hast einen Podcast im Bett. Ja, da wärst du aber gerne nicht mit Barbara, glaube ich, weil du hast sofort den Diss zurückgekontert. Und Barbara, also Shirin David, holte dann in den sozialen Netzwerken aus und hat dann wieder zurückgedisst. Genau. Sie ist die Nummer 1 Rapperin. Also erstmal muss ich Bushido fragen, warum sagst du das über jemand, der eigentlich gar nicht retten kann? Also ich finde persönlich, also jetzt mal ganz ehrlich unter uns, dass Shirin David ja eine YouTuberin war. So hat sie angefangen, also Barbara. Und Barbara auch nicht rappen. Also meiner Meinung nach, ich hatte wirklich, ich hatte Leute hier, die konnten wirklich rappen. So. Und die haben besser gerappt als alle Shirin Davids, die es überhaupt gibt. So fertig, Punkt, Ende, aus. Sie hat nur damit Erfolg, weil sie so viele Follower hatte, die ihr dann die Platten gekauft haben. Also ihre Platten gedownloadet, gestreamt und sonst was. Und dadurch ist sie natürlich auch aufgestiegen und hat dann einen Song nach dem nächsten gebracht, weil sie den Braten gerochen hatte. Aber Bushido, das ist keine beste Rapperanzo. Das muss ich dazu sagen. Das ist jetzt also von mir ein Diss an Bushido. Aber freundlich gemeint unter Kollegen. Und der Kollege nochmal, ja, Shirin David hätte ja auch an ihrer Gesangsstimme trainieren können. Dann hätte sie nach DSDS, weil sie saß ja in der DSDS-Jury, DSDS-Jury genau, da hätte sie dann an ihrer Stimme fallen können. Dann wäre sie vielleicht zur besten Sängerin aufgestiegen, aber nicht zur besten YouTube-Rapperin im Sinne von, ich mach mal eben ein bisschen Rap und dann werde ich gut. Und das, finde ich, ist too much. Das ist sie eben nicht. Sie ist eben nicht die beste Rapperin. Ich glaube, es gibt wirklich sehr gut, also da war sogar Schwester Eva oder wer war besser? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es wirklich Frauen, die gut, sag ich mal, Sprechgesang machen können oder Rap. Und das auf jeden Fall allemal besser als Shirin David. Shirin, 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 Sherry, Sherry Lady, fang ich gleich an. Als Barbara, als Shirin David. David ist ein Zungenbrecher, wirklich. So, jetzt bin ich schon bei drei Minuten noch. Noch was wollte ich gar nicht, aber der Disc ging weiter und dann hat Barbara, also Shirin David, Bushido eingeladen zum nächsten Podcast, damit er mal ihr ein Angebot machen kann für eine Zusammenarbeit. Und das hat sie aber prompt abgelehnt wiederum. Ja, also wurde sie dann zickig auch noch. Ja, das sind so die Höhenflüge, die einige Leute haben, die dann auf YouTube gestartet sind. Und dann dadurch, weil sie eben so viele Follower, die abonnieren und dann bist du schon drin im Jackpot praktisch. Also wenn ich jetzt eine Million Follower hätte und würde heute Abend was Stümperhaftes rappen, dann hätte ich wahrscheinlich auch über Nacht jetzt durch die eine Million Follower, also Abonnenten, einen Hit und könnte mich dann bester Moneyboy-Double nennen oder sonst was. Ja, von wegen, nein, lieber nicht. Also in diesem Sinne, ich gebe ab in die Redaktion. Ich kann nicht mehr.